so und damit was geht aber jetzt hier kommt zu einem video von mass effect schön dass ihr wieder mit dabei sein und packt packt ja wir sind wieder auf der normandy wir haben ja im letzten video ich weiß gar nicht was haben wir gemacht irgendwas haben wir gemacht stimmt wir haben dieses schiff hier erkundet zum schluss mit den ganzen husks aber das war es aber auch schon dann haben wir auf jeden fall hier in dem dinge noch irgendwas gemacht das sollten wir glaube ich öfter merken jetzt fliegen wir mal an den und dann gibt es glaube ich noch zwei oder drei nebenmissionen inti und 6,8 jahre hapo landen, hier kann ich landen ok oh, aber noch ich weiß ja wann wir werden erkunden 74 erdjahre erkunden da, erste 2,75 erdjahre tageslänge 63 stunden tschau welcher war das denn der war das ne ne, gar nicht alpa ne, aber der rote der war das 1,3 erdjahre halde ist 1000, 8000 km tageslänge tageslänge 1,8 gt jahre schüttter ich nehme mal mit auf jeden fall einen von nebenbei nehmen wir nehmen wir garris und den haben wir auch schon noch einen nehmen wir mit mal so diese bergigen planeten ist doch voll scheiße der nervt wohl ja guck mal so fast alles rein fleck hier wahrscheinlich ist hier oben auch noch warte wahrscheinlich ist hier oben auch noch warte ich hatte den personen planeten schon wieder scheißegal oder von nerven oder von nerven ich würde mich wirklich da echt davon ich würde mich wirklich da echt davon Die Materialien. Nein, das solltest du nicht machen, aber okay. Ich hab echt schon wieder gar keinen Bock, den Planeten zu ecken. Null. Nehmen wir einen, hat er hier ne Geile aus. Sogar ohne Helm. Gibt's ja nicht. Da ist auch noch was. Da werden wir immer hinfahren. Wahrscheinlich das Ding ja da. Zivilgebäude, ja. Gibt's sogar. Gibt's sogar Gegner. Mineral gefunden. Okay. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt zwei Gebäude. Ja. Ach ja. Guck mal. Da war ja irgendwo dahin. Sieht verlassen aus. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Verdammt. Die gesamte Kolonie muss verwandelt worden sein. Auf dem Weg. Ich glaube, du musst erstmal paar Punkte haben, wa? 63. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht mit. Elektronik muss ich mir merken, dass der Elektronik gut hat. Ich glaube, der hat doch noch gar keine Ausrüstung gekriegt, eine gute. Schöne. Oh, wo doch. 308. Ah, 36. Ich krieg da wo Geld ist, die 308. Echt mal nur gute Sachen gegeben, wa? Echt mal nur gute Sachen gegeben, wa? Da. Ja. Geh auch mal rein. Okay. Ich habe gedacht, dass wir nur so ein reines Durchsuchungsteil... ... oder... BOOM! BOOM! Ja, das war meine Korni. Das waren sie. Waschhanta? Wo ich schon wieder so viele Sachen mit? 293 Kilometer? Okay. Den ganzen Scheiß. Aber.. , g'nah. Komm ich mal nicht rein, ok. Weil ich und viel habe ist.. Irgendwelche Modifikation für irgendwelche Waffen. Die muss ich auch nochmal verticken, ey, benutze ich eh nicht. 200 Waffen hat er, 200 Sachen hat er einfach in seinem Hand so hier. Hey, komm ich auch nicht rein. Eine Silvestation. MediG plus 4. Bring mir nur nix, ich kann nur 5 aufnehmen. Gut, dann war's doch schon. Das Syncs Update, kann man mal machen hier. Kann ich das Ding dann upgraden? Welche hab ich denn jetzt an? Organer. Kieke bungle wieder. Du bist nicht das Ding. Du bist nicht da. Du bist nicht da. So, dann haben wir das Ding ja schon mal erkundet, jetzt wollen wir mal hier irgendwo noch ein Gebäude. Gehäse nicht dazu. Trümmer. Na oben dann kommt der Weg. Ich fährt zurück. Wollte ihm bei seiner Rüstung da upgraden. Ja, das ist doch wohl nicht so geholfen, Mann. Da sind noch mehrere. Das habe ich gesucht. Ja, da ist doch oben irgendwo. Das ist doch ein Gegner. Ja, da hast du. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da haben die Schilder verloren. Hallo? Haben wir hier rein? Ja, wir haben hier. Ja, komm. Das hört sich immer an. Was war denn mal besonderes? Ach, spinnt. Einfacher Deschiffrierung. Nur einer? Ja, alle. Dann macht zu. Komm, ich habe schon wieder irgendwelche neuen Sachen gekriegt. Wollte mal. Ja, ich verkauf gerne nicht. Warum? Ich habe keine Lust drauf. Aber sie hat 22, die immer irgendwie gekriegt haben. 2,97, ui. 191 Ciao, Alter 318, dann kriegt er auf jeden Fall Drax Weil die Oh, da war Knopf 208, wahrscheinlich keiner mehr 134, ciao, Alter 318, dann kriegt er auf jeden Fall Drax Da haben ein paar Sachen hier aufgeräumt, ey Abgleitkit, das können die auch nochmal irgendwann Ah, mehr ist hier wieder nicht So, ich hatte überhaupt nicht die Waffe gezogen hat So, das verschwinde ich das ganze Video hier ja, um irgendwas zu durchsuchen Den Planeten hier Egal So So, ich muss mal überlegen, ich glaube, das war auf dem Hügel, ne? Ja Ich glaube, wenn ich da wieder leichter produzieren will So, ich muss mal auf den Hügel, ne? Der Masch. aber drei stück nur, vier, fünf, sechs, okay hier sind doch ein paar mehr da 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 so da Wir haben die Schilde verloren. Nein, das ist doch nicht. Sondern das ist wir. Wer ist wir? Wenn, dann du. Das sind so Leute. Ist gar nichts. Das sind so Leute. Das ist sogar eine Mission gewesen. Ich glaube nicht, ne? Machen wir schon. Dann müssen wir hier ein Modul machen und die geht. Und das war's. Und was ist das Modul? Im artikanischen Beta-Klasse. Okay. Okay. Ö. Hier ist komplett los. Nein, da will ich hier kommen. Das ist doch egal. Hier reingehe. Hä? Ist doch hier hinten. Zeig doch. Hier ist doch die Tür. Ich wurde verlassen. Ja, wollte ich. Gut. Gut. So, jetzt haben wir glaube ich noch ein Gebäude. Das haben wir glaube ich nicht. Die Rettungskapsel. Doch, die Rettungskapsel habe ich auch gemacht. Ja, nur noch zu dem. Zwei Gebäude. Drei Gebäude. Mit der Rettungskapsel habe ich ja schon Dinger. Ja, wir fahren mal jetzt. Wow. Das war hier eine super Windung, ey. Die Rettungskapsel habe ich ja schon Dinger. Wow, das habe ich mich hier. Ich werde nicht auf dem Berg, ey. Aber wir müssen. So ist es drüber her. Ach, du solltest da doch gar nicht hin, du Fritte. Oh, Gottes Willen. Bo, du lässt dich aber auch richtig scheiße feuern. Oh, eine Pyramide. Oh, eine Pyramide. Los geht's. Die Rettungskapsel haben wir auch schon noch so einen Eisplaneten gefunden. ist kein bock damit irgendwas äußer viel drin kann jetzt immer machen hier ich glaube nicht nur dem artefakt hier vorne gut dann aber jetzt auch ich habe absolut safe kein bock hier hinzufahren null also tschüss planet safra tschüss gut so dann werden wir mal im nächsten video auf jeden fall wimiere müssen ja noch machen jetzt von unten mal gehen wir ins ak betaclasse machen wir noch mal heimt zack zack dinks eta, hocking eta artikap wie hieß artikapeta? ich mein wohl ne haben wir doch schon gemacht artikanische betaclasse, artikapeta, ja heklusystem, hä, da waren wir doch schon da waren wir doch schon ist ja auch egal ähm, 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 ähm weiß ich da jetzt nicht so viel Planeten oder ist jetzt wieder hier so ein äh, wo soll ich denn jetzt landen, Mann? Da Hey, da wollte ich nicht irgendwo finden Ah, das ist schon wieder wo wir mit D, den wollen wir mit Wrecks noch mit Nee, T�� dei Heißt er nichts Gut Dann würde ich sagen, wenn ich immer das Video Schön, dass die immer wieder mittebau� cutting Dann hat das schon gemacht hier noch mal die freizeichen wenn wir uns da hinfahren wir fahren einfach noch mal alles ab es sei jetzt nicht so gut gucken aber jetzt kriegt noch mal die strotfinde hier ok sie kriegt sie nicht mann ich krieg die ich bin die 290 jahre schwecks ist nämlich so dann finden gerne beim nächsten mal weil ich ganz gern mich sehr noch freund und wie ich sagen wird hier so einen schönen tag bis dahin und schön mit ich bin die 290 jahre schwecks ich bin die 390 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 jahre schwecks ich bin die